Hi und herzlich willkommen hier bei Let's Play For Us. Ich unterbreche diese... Und wir zocken Grit. Und wir zocken Grit, genau. Ich habe einfach jetzt mitten im Gespräch Aufnahme-Button gedrückt und habe gesagt Schnauze. So, okay, perfekt. Leute, über was habt ihr geredet? Weil du nur auf der ganzen Rasselband gespielt. Genau, ganze Rasselbande ist dabei jetzt, ähnlich auch mit Blue World. Hallo. 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 Hallo, erst mal. Weiß man nicht, was wir wussten. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ist so, man. So, heute ja schon die zweite Folge. Hier geht mal Gas. R2? Ne, äh, Dreieck. R1. Ach so. Dreieck, Dreieck, Dreieck. R1, damit mache ich die... Ah, das macht man. Okay, gut zu wissen. Oh, Delta, schöne Lackierung. Ja. Warum bist du mit dem Golf so schnell? Das ist kein Golf, das ist ein Giulietta. Nein, nein, ich meine nicht. Dich, warum ran mich da und Österreicher? Das gibt's doch noch mal. Alter, Mann, und ich, oder was? Ich komme immer ins Gemächten hier rein. R1! 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 Neo, dieser Österreicher ist doof. Er ist einfach nur saudoof. Ja, hier ist ein Spanier, der immer rumlegen ist. Ja. Ja, ich hab's gerade gesehen. Oh, oh, da leckt wirklich Böse rum. Alter. Der ist aber auch mitten im Gedrängel, ne? Ja, leider. R1! 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 Danke, dass ich nach 20 Sekunden auch mal wieder... Ja, genau, nö. Danke. Weißhte was auf dem dritten Platz jetzt wird saufen, achtengefickt. Sorry, das war ich ja. Das kicken sich hier auch anders aus. Das Schlimmste ist er, sie hat ja nur welches Zeitfahren oder so. Tiefe. Stinkt normales Rennen, ne? Erstmal in Delta jetzt in der nächsten Kurve hinten rein brettern. Na komm, Blue! Komm, hör auf! Bitte, du hast mir ja nichts getan. Panos, halt die Schnauze! Ich flieh dich an! Ja, das ist ja nicht, weil ich so schlecht bin, wenn ich auf dem achten, das war der Ami von Anfang an schuld. Ja, ja, ja. So schaut's nämlich aus. Delta fickt den mal richtig an. Ja, ich versuch's jetzt in der nächsten Kurve. Jetzt aber richtig, jetzt raus, Junge. Ja, ich bin ein Italiener, wir wissen, wie sowas geht. Ich scheiße, bin ich Panos, dass ich meine Kumpels hier hängen lasse. Das sah geil aus, wa? Junge, aber wie gezielt. Hör zu, warte, warte, beruhe. Hörst du, wie er schreit? Ja, ganz tief drin. Ja, ist klar, Nick, es ist erster, ich jetzt freifahrt. Und, was, wenn du Nick vor dir hast, das ist, als ob du erst da bist. Ja, ich weiß. Das ist wie Nick, es ist 2-Head, ne? Boah, ich muss... Sobald Nick vorne ist, glaubt man, er fährt ein Grad, der ist 2-Head, ne? Warte, wir haben Zeit, wir haben noch ne Runde, um durchzukommen. So, ich werde mal gemütlich Dritter hier, ne? Ja, blöd, nur, dass er noch ne Runde gibt. Weißt du, was scheiße ist? Der Ami, der ist jetzt hinter mir. Das werden wir schaffen. Ja, musst du schnell genug fahren, sonst er dich nicht kriegt. Gemeinsam, der Schlagtecher. Na, der hat noch ein paar hundert Meter hinter mir. Also, wenn man mit dem Giulietta im Driften, wenn es dann Silvia abzieht, ne? Kurve driften kann mit dem Camaro, ne? Ja, man, richtig gar. Geh mit Giulietta, kann man auch gut driften. Ja, aber mit dem Camaro kannst du die eine Kurve in einem Ding durchdriften, ohne mit der Hammer zu korrigieren müssen. Spanier, es tut mir leid, aber... Ja, was ist denn, ey? Oh! Der hat mich schon wieder angreift, wie so ein richtiger, Alter, Mann. Einmal ein Fahrfehler. Alter, was los? This is Sparta, oder was? Was? This is Sparta, oder was? Alter, tut mir leid, ich muss dir zu. Oh, Alter, du Scheiße. Oh, Spaß, das war Delta zu. Ja, ich schaff das nicht mehr, zu weit weg. Aber nur jeden an, der immer nicht quere kommt. Ach, komm. Nee, ich wollte einfach nur durch. Er hat ein Recht gezogen, dann musste ich den doch. Du hast keine Ahnung, so eine hässliche Reifengröße. Aber echt mal, die Feriengröße ist immer richtig. Du hast ein Arschloch hässliche Größe. Ich hab keinen Bonus, so wie du, ja? Du hast auch selber einen Bonus, du kleine Nutte. Warte, warte, wie ging das nochmal über Test, wenn man ein paar noch's rauschmeißen will? Richtig. Taste und dann... Vergiss es, sonst wirst du gebannt. Kick client from server. Was? Sag das nochmal. Nochmal. Ja, vergiss es, sonst wirst du gebannt. Keiner kickt irgendein... Ja, so jetzt behandeln wir mich. Vergiss es, das ist mir zu viel abend. Ah, ist so schön ruhig. Oh ja, TS kann man so schön missbrauchen, ne? Panos ist schwul. Und ich werde jetzt erstmal Rebecca anschreiben und der mal ein paar Links schicken. Alter, du weißt doch wie das abgeht, du musst... Guck mal, du bist du Fan. Wir hatten das schon statt. Alter, Alter, Alter. Alter, 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 Alter. Was immer so eine aus dem Bausturz von mir? Alter, Alter, vielleicht auch mal. Auch wenn sich wundern, Leute. Ich bin größer, wie? Ja, 5 cm. Ja, 5 cm. Aber du sagst, er ist 1,75. ich bin auch knappe 1 80 du wixer und wie er ist sauer ist wie er sauer wird Italiener sind kleiner Bauhöhler Euro hat eine Frage der fahren könnte mitfahren könnte mitfahren und vier Sekunden haben müssen wir noch nicht da ist das auch ein Spiel oder was ich kann nur wie alt neben der Stadt gestartet ich scheiße Scheiße das war jetzt wirklich eine Sekunde zu spät ich wollte gerade auf ja soll ich das Spiel verlassen oder ihr wollt ja alles machen ja ich wollte doch alles machen und ein paar andere Sachen der Play-Stadion weißt du was wäre es für euch schlimm wenn ihr kurz wartet das Rennen ja Zeitfahren für Freunde ja obwohl das sind fast drei Minuten mindestens wenn sie pro Runde drei Minuten nee oder pro insgesamt pro Runde eine halbe Minute kommen die drei Minuten das schaffen wir ja komm lass mal warten wir quatschen jetzt einfach ja genau so können wir in der Zwischenzeit quatschen über gewissen Mädels Halt die Schnauze man Halt jetzt hör' dich DELTA hat'n Bonus und Rebecca auch Panos hat einen Kleinen. Ah! Hat sich einen kleinen Hintern, Panos? Wollst du dich verarschen jetzt? Soll ich dir ein Foto schicken, Neo? Ich hab's schon gesehen, aber das sieht man glaube ich nur die Augen, ne? Nee, ich hab auch ein Foto von hinten. Ah komm, wir ärgern dich nur. Ich hab's nicht mehr mit Schuhen, weil der zweite Bedrohle auch noch komplett im Arsch ist. Ich wollte gerade schon sagen, der Spalte geht gerade. Jetzt geht das jetzt mal vor Womudi. Fahr doch nicht zum Schalten, dass wir alle mitmachen können. Aktion, Reaktion, mein Freund. Er war aber nicht so schnell wie ich, wenn mein Kind reinkommt. Nee, das nicht, aber trotzdem. Irgendwas, dass wir den Schiebeschalter in die Hand nehmen. Den Schiebeschalter. Kick du mich nie wieder aus dem Silva, dann tue ich nie wieder diesen Namen erwähnen. Ja, du wirst mich sagen. Welchen Namen, denn ich hab' ne Gedächtniszückel. Alter, was ist das jetzt? Nee, komm, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss, ja. Ja, magst du die Aufgabe loschen? Ne? Meine Freundin hatte damals schon den Wunsch, dass sie eine Folge löschen. Du hast jetzt schon einen Wunsch, wer ist der Nächste? Ey, ich hab' nur einen frei. Du brauchst die Folge nicht zu löschen. Ich zeig' dir gleich, wie du diesen einen Namen wegrenderst. Ich weiß, wie das geht, aber ich mach' sowas nicht. Ich renne da gar nichts hier weg, ja? Aber... Lass mich mal sagen, als wenn ich das sehen würde, das Video. Es ist nicht weiter schlimm. Aber, guck mal, sieh's mal so, Panos. Jetzt ist es schon das... Warum will ich nicht immer während einer Folge? Warum reden wir drüber, wenn wir eine Folge und ich, wenn wir... Weil du mich während einer Folge kickst? Das ist aber echt mal ne gute Frage. Immer kommt man im Let's Play auf, dieses Thema zu sprechen. Als ob, der wäre das absichtlich. Macht doch nicht Spaß, der hat keinen Plan, der Wichser. Nein, das ist kein Plan. Es ist so, guck mal, du kickst mich während einer Folge, äh, aus dem Server. Ja, das ist genau das Gleiche, ja? Ja, nein, das ist nicht das Gleiche, weil, guck mal, ich bin der Delta. Weil man kippen muss, oder was? Nein, ich bin der Delta, du bist der Panos. Du darfst das nicht, ich darf das. Wir wollen aber mitsehen, wie du die wegfickst. Ja, sie ist ja daneben im Internet. Ja, klar, muss ich mir erstmal die von... Ja, ich, übrigens, ich guck mir alle Folgen an. Alle. Und, wie findest du sie bis jetzt? Ich schau mir auch alle an, ne? Es gibt nur ein... Mein größter Fan bin ich, mein größter Fan. Nee, ich bin dein größter Fan. Aber meine Stimme, die ist lauter als alle anderen irgendwie. Die musst du... Ja, hab, äh, nix, seine Stimme schon ein bisschen gedrosselt jetzt, ja? Ja, das stimmt eigentlich. Meine musst du noch ein bisschen drosseln. Okay, mach ich auf jeden Fall dann für die nächste Aufnahme, ja? Was weiß ich, zwei Dezibel oder so. Ja, ich will auch keine hören, Panos. Ja, also, besser so. Ah, das kann ich ja jetzt mal machen, hier, Delta, blablabla, Lautstärke, äh... Alter, plus 16,5 Dezibel, ne? Wer? Mal runter auf plus 9. So, red mal was, Delta. Wer, ich? Ja, genau. Heißt doch jemand, Delta, oder? Ja, das war, das war ja, was ich reden wollte. Ja, okay. Was soll ich denn doll sagen? Ja, Bobby, was? Dass du scheiße bist oder so? Nee. Hehe. So, was könnt ihr noch machen? Ich könnte mich selber, glaube ich, ein bisschen lauter machen, oder? Maybe? Maybe. Äh, ne, komm. Komm, ist egal. Reden und beendet. Und wie viel habt ihr es gewonnen, jo? Ja, ähm, hab ich jetzt nicht geguckt. Ich fahr grad so am Laptop-Bild. Scheiße, geil. Ich schätze mal so gegen 5., 7., was weiß ich. Drift. Drift ist eins. Dann kann ich ja eigentlich meinen Dodge ausprobieren. Oder den Mustang. Ja. Bin ich für euch jetzt ein bisschen lauter? Nö. Okay, gut. Dann bin ich wahrscheinlich nur in der Aufnahme hoffentlich jetzt ein bisschen lauter. Werden wir sehen. Wir machen nicht Veto, ja? Doch, doch, komm. Alle jetzt strecken Veto. Veto, Veto. Ja, natürlich hat, äh, Red Bull Ring die Strecke, die eigentlich relativ geil zum Driften ist. Ne, sicher nicht. Aber ich mach nur Veto. Äh, Leute, sollen wir alle, sollen wir alle mit denselben Wagen, äh, fahren? Äh, ich fahr so auch so die Masse. Ich nehme einen Charger. Alle mit Dodge, komm. Ja, das ist ja auch die beste Drift, Karl, so. Was ist das für eine Frage? Blue, wie kommst du eigentlich mit Drift zurecht? Zurecht? Ja, ich hab irgendwie irgendein, gar nicht immer, immer in den Folgen hab ich irgendwie mit diesen Rests irgendwie, ja, rollt mir das R. Also mit dem Kater-Land kann ich nicht driften. Ja, vielleicht bist du doch Texaner, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, was ist das für eine Frage? Was ist das für eine Frage? Was ist das für eine Frage? Was haben wir von dem Kater, ne? Warum reden wir so komisch? Ich weiß nicht, mein Freund. Ja, wir sind irgendwie total behindert, deswegen. Ja, wir sind schon. Ja, wir sind schon. Ja, Leute, wir können nochmal voll auf Deutsch reden, ne? Deutsch? Deutsch? Ach nee, warum starte ich nicht als Erster? Oh. Wer hat ein schwarzer Deutsch? Ich hab einen Teil schwarzen Deutsch. Leonator ist vor mir. Wie sie alle vor mir sind? Wie sie sich aus? Alles vor mir, dann kommt, willkommen dann. Noch ein Deutscher, dann kommt der Delta, dann kommt irgendwas vorne. Und wo ist Panos? Der Delta ist Neo, okay. Nein, Panos ist ganz gleich vorne. Nein. Ah, nein. Elf der, ich guck links. Ich bin drittletzter. Ja. Ich wünsche euch viel, viel, viel Spaß und Glück. Alter, was macht das denn? Ja, das war ja jetzt wie ein bisschen abnormal, was da gemacht hat. Ja, wie soll ich hin und her schwenken, um ein paar Punkte zu stellen? Ja, die 30 Punkte, was die da bekommen, ne? Wenn ich vielleicht beschwerde, komm ich auf Tempo, denn die erste Kurve auch nicht zum Zulischen. Aber das war nicht so toll. Oh, ich bekomme nochmal zwei Multiplikare, was soll der Scheißdreck? Oh Gott, nie bin er wöss. Das so. Oh, der ist sehr sehr zu laut. Ja, ja. Ja, sorry, das bin, glaube ich, ich. Boah, Neo hat mich getoppt. Ja, komm, am Arsch, Alter. Ja, so ein Wichser. Nein! Was dann? 58.000 Punkte. Jawohl, der ist hierhin, immerhin. Ah, ja, Delta zuschauen. Hi, bin gespannt, ob ein Nick mich toppt. Okay, der mal nicht, der auch nicht. Ne, 102.000, das ist so lächerlich. Nö, der auch nicht. Oh, nein! Der ja. Snickers, 500.000 Punkte. 500.000 Punkte. Jeder hatte mal so eine angenehme Runde. Okay, ich hätte dich aber getoppt, wäre der erste Drift mal drei oder mal vier gewesen. Ja, komm, ich habe den ersten Drift nur 80.000 gemacht. Das ist aber auch mein erster Drift mit dem Dodge. Und ich muss sagen, entweder habe ich den falsch getunt, was sein könnte, oder... Was ist eigentlich auch... Ne, ne, ne. In die erste Kurve, guck mal. Ich rein, gegenlenken und Gas geben und ich höre nur den Motor, uuuh, wie der down geht. Naja, also, dann haben wir mal die nächste sehr interessante Folge. Zum nächsten Mal, bye-bye. Buh! 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 Buh!